Erstmal über 40, so. Die meisten Mütter, die ihr nicht ganz spät, wenn sie gar nicht angespielt wird. Aber wir sind schon so weit, oder? Das heißt, wenn ihr jetzt die Welt rückt, dann werde ich mich ein bisschen verziehen und dann genießt das erst mal, was ihr jetzt hier gezeigt bekommt. Ladies, get your...